Immer wieder zeigt sich Simone Tomala auf dem roten Teppich von ihrer besten Seite. Wir zeigen euch die heißesten Looks der Schauspielerin. Zu den Bambi Awards 2022 erschien sie in diesem wunderschönen, langen, grünen Kleid mit Wasserfallausschnitt. Dazu trug sie die passende Kette und mit Strass besetzte silberne Pumps. Auch 2018 bei der Verleihung der goldenen Bild der Frau konnte sie mit ihrem Outfit überzeugen. Sie erschien im schwarzen Blazerkleid. 2016 trug sie auf dem roten Teppich eines Charity-Events in Leipzig ebenfalls ein schwarzes kurzes Dress. Genauso wie bei dem Eagles Fashion Dinner. Der All-Black-Look stand der Schauspielerin einfach unfassbar gut. Manchmal mag es Simone aber dann doch etwas auffälliger und bunter. Hier präsentierte sie sich im strahlend blauen Kleid. Doch egal ob in dezenten oder knalligen Farben, die Frühling-Darstellerin zieht mit ihren Looks immer wieder alle Blicke auf sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2012